Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Daylight und wir befinden uns jetzt offenbar in einem neuen Abschnitt. Ich muss zugeben übrigens, dank der fehlenden Speicherfunktion musste ich gerade den ganzen Abschnitt eben nochmal spielen und habe jetzt eigentlich wieder genug und möchte eigentlich wieder die Aufnahme beenden. Hallo? Jetzt Leder? Jetzt Leder, weißt du, wo wir schon längst die ganze Zeit irgendwas machen? So, und weil ganz ehrlich, die alte ist eben gerade an jeder Ecke gespawnt. Als ich gerade eben, ich muss den letzten Level nochmal neu spielen, den wir schon gemacht haben, die ist an jeder Ecke gespawnt. Ich glaube, ich habe die mit diesen Leuchtstäben ungefähr acht Mal in Flammen hochgejagt, das war irgendwann... Hallo? Das flimmert ja so komisch jetzt. Wer spricht denn da? Und warum liegt da ein Bild auf dem Boden? Hallo? Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen haben, äh zu haben, das der Fieber auslöst und ihn zur zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Und dann lerne ich nochmal neu lesen. Irgendwas flimmert hier gerade so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Dr. Alex Mercer. Das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Jeder Teil des Projekts von einem anderen Mitarbeiter. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Das heißt Geheimprojekt. Hier ist eine Akte, die wir nicht lesen können. Ein Stuhl, auf dem wir nicht sitzen können. Ein Telefon, dessen Rechnung nicht bezahlt wurde. Mysteriös. Es scheint hier echt ein bisschen nachzuflimmern gerade. Ich muss nochmal nach der Aufnahme, nach der Folge, muss ich mal gucken, ob ich da was nachjustieren kann. Irgendwas ist da merkwürdig, glaube ich. Cursed? Fragezeichen? Hm. Vielleicht muss das ja so sein. Vielleicht ist das ja jetzt ein unheimlicher Effekt. Hallo? Äh, hallo? Tür? Ok, die Tür können wir nicht benutzen. Dann schauen wir doch mal, was die Fackel jetzt vielleicht für Auskunft gibt. Offenbar... Gar keine. Schränke können wir nicht öffnen. Das sind unsere kleinen, tapsigen Fußspuren auf dem Boden. Mid-Island Hospital, forced to close. Mid-Island Hospital, was? Ach, ich kann mich ja nicht hinknien, verdammt. Ich will mich hinknien und da unten lesen. Da ist nochmal ein Bild von Stromberg. Da ist die Frau, das könnte Alma sein. Da ist Kindergeburtstag, hier ist irgendwas mit dem Tattoo auf dem Rücken. Aha, Herr General, received. Victims found in Mid-Hospital Woods, identified. Oh. Die haben Leichen im Wald entsorgt, glaube ich. US declares war. 1500 dead. Sheldon Hospital opened. Smallpox number, Dr. Walter Mercer. Mhm. Aha. Wer ist der Typ in meinem Ohr? Das ist doch bestimmt Dr. Mercer. Da ist noch was benutzen. You're full of so many surprises, Sarah. Ich glaube wir haben eine Geheimtür gefunden. Die Zigarre glimmt ja noch. Warum glimmt die Zigarre noch? Aha, aha. Mhm. Wer, 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 wer? Walter Mercer. Ah, ja, ja. Alles kleingeschrieben. Übrigens eine tolle Unterschrift. In Schönschrift. Zweite Klasse. Und hier würde ich gerne hochgehen und ein paar Bücher lesen. Aber wir haben keine Zeit, glaube ich. Und wir gehen mal. Er konnte sich immer glücklich schätzen, aber wessen denn? Ähm. Was war das für ein Geräusch? Sag bloß nicht, die Tür ist zu. Für unsere Zeit zusammen. Für unsere gemeinsame Zeit, sagt er. Natürlich ist die Geheimtür zu. Ich wollte da eigentlich noch ein bisschen absuchen, aber naja. Jetzt ist eh zu spät. Und die... Mein zweites Zuhause. Spieldaten werden gespeichert. Das ist beruhigend. Wer will denn freiwillig da reingehen? Sein zweites Zuhause. Na, der hat es ja gemütlich gehabt hier. Tapeten sind auch neu. Und die Türen, die sind auch formidabel. Ich hoffe nur die alte lässt mich jetzt in Ruhe. Und es sieht so aus, als wären wir in einem neuen Labyrinth. So, hier ist soweit alles okay. Tach, ich bin der Flieseninspektor. Hm, der sieht gut aus. So. Was haben wir hier? Ein Leuchtstäbchen haben wir gefunden. Drei Stück habe ich nur noch. Oh, Professor Xavier war hier, oder was? Entschuldigung. Ähm... Wie gesagt, drei Leuchtstäbe habe ich nur, weil... Also von den... Von den roten Flares. Weil die alte einfach im letzten... Als ich das nochmal nachstellen musste alles... Ist die einfach wirklich überall aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, wie oft die geschrieben hat. Die war auf der Treppe. Die war überall. Ich wollte schon gar nicht mehr aufnehmen. Ich schwöre es. Also ernsthaft. Das war echt... Schrecklich. Und irgendwann war ich genervt. So, oh schon wieder. Äh... Ah ja, Information. Ich hätte gerne eine Information. Was geht hier denn vor sich? So, den Raum haben wir aber relativ zügig gefunden. Da bin ich ja recht happy. Und ich glaube, wir müssen hier das gleiche machen wie anderswo. Nur, dass wir hier wirklich... Woher weiß die von uns? Nur, dass wir hier andere Grafiken haben... Oh, ich hasse diese alte... Alter, diese Morchel, diese alte. Die geht mir so auf den Sack. Die ganzen Tag schon. Seit vor der Aufnahme. Überall immer. Yeah, yeah. Man. Voll der Troll. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich überhaupt lang? Ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken. Wo waren wir? Wo waren wir noch nicht? Soll ich mal den Leuchtstab haben, kann ich gut flitzen. Ich hab nämlich das Gefühl, wenn man läuft, findet die einen schneller. Hier waren wir noch nicht. So, ein Kistchen. Signalfackel. Ich freu mich sehr. Signalfackel. Ich freu mich sehr. Da haben wir jetzt vier. Das ist gut. Oh, endlich haben wir einen Pissnapf. Oh, warte. Okay, warte. Hier haben wir einen schönen... Ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich so ein Rombo-Bodenstaubsauger oder sowas. Keine Ahnung, warum das den Boden da massiert. Ist mir ein Rätsel. Ich sollte auch nicht zu lange stehen bleiben und gucken. Rombo. Mein bester Freund ist Rombo. Und auch das bewegt sich so ganz komisch. Hier komm ich gar nicht durch. Nein, mein bester Freund ist natürlich Klaus die Kiste. Klaus die Kiste wurde nie gefragt. Man hatte ihn einfach zusammengefaltet. So, was haben wir hier schönes? Aha, Mid-Island. W-W-W-W-W-W-W-W-W? W-W-W-W? Penitentiary. Ist ein bisschen kleiner heute. Datum 17. Juli 1931 betrefft Bert Augustines Verschwinden. Bert Augustine ist seit fast zwei Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Sein Vorgesetzter dachte, er habe die Arbeit hingeschmissen, da sich Mr. Augustin mehrmals darüber beklagt hat, weibliche Stimmen in den Gängen zu hören. Ein Wartungsarbeiter, der den Rost am Abwasserzugang entfernt hat, hat jedoch einen schrecklichen Gestank aus dem Tunnel bei den Docks gerochen. Als er sich aufmachte, um nachzusehen, fand er Mr. Augustins verstümmelte Überreste. Und die haben da nichts in der Richtung recherchiert, was da noch drinstehen könnte, was uns vielleicht hilfreich wäre. Eine Sackgasse ist immer schön in einer Irrenanstalt, wo ein Geist umtriebig ist. Nein, nicht die Musik. Was war das denn gerade eben für'n? Das ist der Raum, ne? Den kennen wir ja schon. Okay, brauche ich ja gar nicht mal gucken. Hat man die Tür nicht geöffnet? Ich könnte schwören, wir hätten die Tür schon geöffnet. Wie viele Informationsschalter gibt's hier eigentlich? So, wir haben zu viele Leuchtstäbe. Ich weiß gar nicht, vier Stück scheint mir einfach noch zu wenig zu sein. Ich hätte gern doppelt so viele. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder rausfinden, wie wir das Portal öffnen. Ein Telefon. Gleich mal zu Hause anrufen, aber natürlich haben wir ja da kein Signal. Beim Wählscheibentelefon kein Signal. Ist die Funkverbindung deutlich schlechter einfach. So, schon wieder ein Informationsschalter. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Und das war also das zweite Zuhause von... Ich würde ja sagen, Dr. Mercer. Auf jeden Fall von der Stimme in unserem Kopf. Es ist leer. Wie mein Kopf manchmal. So. Aha, ein Hinweis in der Nacht. Ich will ihn gar nicht nehmen, aber wir müssen leider. Mit einem Haftanstalt, Memo. Zu Händen, Personal. Die Gewaltausbrüche der Häftlinge sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehr Personen auf Rundgang zu gehen. Schwesterns, das untersagt kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahmen. Hm. Kranke Patienten? Hm. Ich dachte, das wäre eine Häftlingsanstalt gewesen zu dem Zeitpunkt. So. New Kipling Police Department. Incident Report. Datum 23. Oktober 1910. Das ist jetzt also die Zeit, wo diese Irrenanstalt dann später zum Gefängnis ausgebaut wurde. Wir haben uns jetzt also ein bisschen chronologisch vorgearbeitet. An Captain Alex Senior. Baxter meldet, dass die Lichter unten im Isolationshaftbereich flackern und dass manche gelegentlich ganz ausfallen. Hat das Wartungsteam gebeten, sich das anzusehen. Selbst im Loch macht Häftling 203 Schwierigkeiten. Er wurde dabei entdeckt, wie er versuchte, seine Augen herauszureißen. Er voll Idiot. Ich habe Baxter und einigen anderen aus der Nachtschicht aufgetragen, den Vorherst an eine Zwangsjacke zu stecken. Ich werde morgen die Psychiatrie anrufen, damit sich, ähm, damit ihn sich eine der Leute ansehen kann. Der Mann ist einfach nicht klar im Kopf. Er beharrt immer noch darauf, dass sich etwas mit ihm in seiner Zelle befindet. Euer Freund Lieutenant Paul Ackermann. Da kann er ja nicht mehr lange gelebt haben, wenn er mit ihm in seiner Zelle war. Wenn das die alte hier ist. Die scheint ja auch Freunde zu suchen, wie es aussieht. Äh. Enge Räume sind hier auf jeden Fall ein Zeichen des Vertrauens. So, an Lieutenant Paul Ackermann. Paul, mit Häftling 203 geht irgendwas Seltsames vor sich. Letzte Nacht haben ihn Bert und ich kreischen hören. Es klang fast so, als ob es jemand anderes war. Das Kreisch hat aufgehört, als wir seine Zelle erreicht haben. Aber er hat immer noch geschrien. Es war, als ob die zwei Geräusche nicht zusammengehörten. Ich weiß nicht, wie er es anstellt, aber er jagt mir einen Schauer über den Rücken. Er fängt immer an zu schreien, wenn die Lichter flackern. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Paul und die anderen Häftlinge flehen mich an, sie wieder zurück nach oben zu schicken. Ich weiß verdammt noch mal nicht, was ich mit dem Kerl machen soll. Officer Baxter Kelsey. Immer wenn die Lichter flackern. Da habe ich gerade ein lustiges Domino-Spiel gesehen. Auch schön. So, Jürgen, das können wir nicht öffnen. Oh oh. Nix. Na gut. Hier war was benutzbar. Hier war was. Ich habe es genau gesehen. Hier. Hallo. Ah, Signalfackeln. Okay. Aha. Mit einem Pententory. Also der Knast mit einem Knast. 17. Juni 31. Bird August ist es verschwinden. Die Haut sowie die Zunge des Leichnams waren übersät mit verworrenen Schnittwunden. Des Weiteren haben die Augen gefehlt. Ob er sich das selbst zugefügt hat, oder ob es das Werk von jemand anderem war, ist unklar. Als wir darauf drängten, die Tunnel zu durchsuchen, schaltete sich Dr. Mercer ein und übernahm das Kommando. Er führte eine kleine Gruppe von Wärtern an, denen er vertrauen konnte. Im Interesse der Familie des Opfers haben wir den Fall als Mord eingestuft. Die Überreste sollen verbrannt werden, bevor sie von der Insel geschafft werden. Kann ich nachvollziehen, natürlich. Und es sieht so aus, als müssten wir einfach versuchen... Das Spiel handelt, glaube ich, davon... Ich hoffe, die alte kommt jetzt nicht wieder aus dem Sack irgendwo. Das Spiel handelt, glaube ich, jetzt davon, dass wir versuchen müssen, die Geschichte hier nachzustellen. Also nicht nachzustellen, aber die Geschichte aufzuklären und vielleicht auch... Und vielleicht auch die Dame zu retten. Okay, wir müssen erstmal herausfinden, was der Schlüssel ist. Dann können wir den Schlüssel holen. Und dann müssen wir Fersengeld geben, natürlich. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo. Wir haben den Brief fürs Siegel. Häftling 48, Fluchtversuch zweier Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich im stabilen Zustand. Der andere starb noch am Ort des Geschehens. Dr. Mercer wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Mhm. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. So, jetzt wissen wir, wo wir das Siegel hinbringen müssen. Du alte Kack-Sau! Boah! Alter Finne! Oh ho 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 ho! Ich habe mich gerade erstmal Meter höher geschraubt mit der Kackwurst. Da taucht die einfach genau vor mir auf, wie die Oma aus dem anderen Spiel. One Late Night, genau vor mir, vor meinen Augen. Ich weiß, dass du da bist. Ist jemand da? Ich hatte die Fackel an. Ich hatte doch die Fackel an. Du kannst dich nicht erinnern, aber es kommt dir bekannt vor. Ich hatte doch die Fackel an. Die war doch, die hätte sterben müssen. Die hat mich tot gemacht. Die blöde Mist-Sau. Na toll, alles von vorne. Leuchtstab gefunden. Hat die Fackel an. Scheiße. Okay, was? Er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan. Ich wusste doch, dass dieser Wärter nichts Gutes im Schild geführte. Als ich gestern meine Mahlzeit erhalten habe, habe ich einen Wurm im Kartoffelbrei gefunden. Widerlich. Ich weiß, dass es der Wärter ist. Denn wenn er mir das Tablett mit dem Essen gibt, sagt er, iss auf meine Liebe. Und er hat diesen hinterhältigen Blick in den Augen. Morgen steche ich ihm die Augen aus. Hm. Okay. Sounds reasonable. Alter, die hat mich einfach umgebracht. Ich hasse die. Die blöde Kuh. Ich hatte die Fackel an. Schmoll. Schmollmund. Mach ich jetzt die ganze Zeit mit dem Schmollmund. Ich weiß, du bist da. Ruhig auf meinen Schmollmund. So. Schmeckt komisch, wenn man die ganze Zeit Schmollmund macht. Dann wird die Lippe so trocken. Hüi. 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 Wo ist sie hin? Sollte ich hier gerade todesmutig entgegenstürzen? Ist sie einfach weg. Ah, ich habe meinen Schmollmund vergessen. Deswegen ist sie auch weg. Na klar. Hätte ich ja eher daran denken sollen. Wir wissen jetzt nicht, was das Siegel ist. Wir müssen jetzt alles normal erkunden. Und ich habe das Gefühl, alles ist wieder anders. Ich habe das Gefühl, die ist aggressiver geworden. Ich weiß nicht. Das Gefühl hatte ich aber auch schon vorher. Beim Durchspielen. Also beim Durchspielen des ersten Dingensens. Rombo. Ne, also. Beim Durchspielen des vorherigen Levels, was ich normal machen musste. Das ist nicht mehr das Siegel. Das ist was anderes jetzt. Na ganz toll. Mid-Eiland Haftanstalt in Aufruhr. 5. Mai 1930. Laut Ermittlungen der städtischen Behörden werden in der Mid-Eiland Haftanstalt immer mehr Gewalttaten verübt. Insassen und Wärter weisen einen überdurchschnittlichen Hang zur Gewalt auf. Ist ja kein Wunder. Das Personal vor Ort scheint nicht in der Lage eine Erklärung oder eine Lösung für dieses Problem finden zu können. Police Chief Sherman Wills herangekündigt, dass die Polizeistelle falls nötig auf die Insel verlegt wird, um die Sicherheit im Gefängnis zu gewährleisten. Zu der Frage über das Verschwinden von den oft als Ausreißer bezeichneten Häftlingen wollte sich Willis nicht äußern. Wills Willis. Bruce Willis. So, noch eine Signalfackel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir bereits wissen, was das Siegel ist oder nicht. Ich weiß, dass jemand hier ist. Offenbar wissen wir es nicht. Die Türen sind ja eh noch alle zu. Sonst würde hier nämlich was rumfliegen. Okay Oma, komm her. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, du bist da. Wieso krieg ich jetzt... Hm? Was? Meine Verachtung, Alter. Sie werden dich verschlingen. Wer denn? Warum denn? Ich tu doch niemandem was. Das ist ein ganz großes Kino hier. Ich hab das Gefühl, ich werde nochmal sterben. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, ich werde nochmal sterben. Es kommt mir vor, als hätte sich der Level resettet, aber nicht der Hassgrad von der Alten. Der ja steigt, je mehr Zeug wir finden, habe ich das... Nicht nur das Gefühl, das wurde ja schon angekündigt. Je mehr wir aufsammeln, je mehr vom Labyrinth wir finden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie uns findet. Datum, 16. Februar 1936, James Strikers Suspendierung. Officer Stryker wurde vorübergehend ohne Bezahlung suspendiert. Derzeit findet eine formelle Untersuchung statt, die Anschuldigung wegen brutaler Vorgehen gegenüber Häftlingen und Foltertaktiken auf den Grund gehen soll. Die Untersuchung wird ausschließlich intern durchgeführt. Die Öffentlichkeit darf nur so wenig wie nötig erfahren. Ich gucke hier eigentlich schon unten auf die Zeit, ob ich die Folge langsam mal beenden kann, um mir eben mal noch zwei Baldrian einzuwerfen. Oh Freunde, ey. Ich werde nicht alt, wenn ich das hier spiele. Jetzt juckt auch noch mein Auge und ich kann nicht kratzen, weil sonst verpasse ich hier was. Und ich habe Angst, sobald ich kratze, dann kommt die Alte wieder. Vor allem, ich sehe da unten auf der Karte überhaupt nichts mehr. Da blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Ich mach mal folgendes. Ich geh mal ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen heran, ne? Alter! Das gibt's doch nicht! Was ist denn los mit der Alten? Die will mich doch verkack eiern. Da guck ich auf die Karte, die taucht genau von... Natürlich ist er immer da! Du blöder Kackvogel, guck gerade aus! Hast du die Knitterfalte nicht gesehen? Boah, die taucht immer genau vor mir auf, das gibt's doch gar nicht. Ja, hallo! So, hier waren wir auch überall schon. Ich hab das Gefühl, ich lauf immer im Kreis. Und die sagt auch immer ihr Sprüchlein auf. So. Jetzt renne ich einfach hier entlang. Äh, super. Jetzt renne ich aber hier entlang. Ich weiß, ich muss mich an der Karte orientieren, es ist ja ein Labyrinth. Letzten Endes. Darf ich jetzt endlich mal hier ein bisschen drauf gucken? So, ich möchte nämlich nur reinzoomen, damit ich ein bisschen besser sehen kann. Da waren wir noch nicht. Alter, Alter, mach mich fertig. Ja, die Alte macht mich fertig. Fertig macht sie mich. So, kann die mal bitte aufhören? Nicht... Die, kann die mal bitte aufhören? Ich rechne mal damit, dass die Alte ist jetzt. Verdammt. Blöde Oma. Ich hasse die. Weißt du, bei One Late Night, da kam mir das Klaviergeplemper und da wusstest du, okay, die taucht vielleicht irgendwo auf, wenn sie nicht genau vor uns aufgetaucht ist. Rombo, mein bester Freund. Ich setze mich hier in die Ecke und gucke einfach nicht mehr hin. Dann passiert bestimmt auch nichts mehr. Der eine Trailer zum Spiel heißt übrigens Don't Look Back und da weißt du genau Bescheid. Das Problem ist nur, wenn die alte Knitterfalte genau vor dir auftaucht, dann ist das natürlich doof. Rumi, tu mir nichts. Ich bin lieb. Ich bin so 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 lieb. Tu mir nichts. Ich bin so lieb. Ich bin so lieb. Boah, wer ist das hier? Wenn wir mal reingucken. Da ist nischt herinnen. Hier ist aber nur ein altes Klo, wie immer. Wir haben... Wir finden hier... Ach, da ist wieder was. Ich hoffe, die kommt nicht hierher. Ja? Wir haben andere Zettel als vorher. Nur den Hinweis nicht. Ich geh mal da lang. Waren wir da schon? Ja, es sieht so aus. Aber hier noch nicht. Hier ist also... Ah. Ich hoffe, die Oma kommt jetzt nicht gleich wieder. Doch, die Oma kommt. Das ist doch unfassbar, dass die echt überall auftaucht. Die blöde Kuh. Ich hasse die. Ist sie schon wieder da? Ich höre jetzt ständig diese Geflirre. Ich hab' gehofft, es wär' vielleicht das Siegel. An Captain Alex Senior. Häftling 203 wurde heute Nacht tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Körper war verdreht und verringt wie ein Rattennest. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat. Ich weiß nur, dass ich einen ohrenbetäubenden Schrei aus der Isolationshaft gehört habe. Ich bin hinunter geeilt, um zu sehen, was los ist. Baxter stand schon in einer Ecke und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Bert war kreidebleich. Sie haben noch kein Wort darüber verloren. Was geht hier vor, Alec? Am letzten Monat sind während unseres Dienstes acht Insassen gestorben. Die Wachbeamten sind völlig verängstigt. Und ich fange an zu glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Lieutenant Paul Eckermann. Wundert mich, dass sie die Oma nicht gesehen haben, ehrlich gesagt. Habe ich schon erwähnt, dass die Oma mir auf den Sack geht ein bisschen? Aber das ist gut, solange sie nicht vor mir auftaucht, ist alles okay. So, da werde ich es noch überleben. So, ist hier eine Sackgasse? Hier ist eine Sackgasse. Die ist auch permanent hinter mir. Ich kann rennen, wie ich will. Die ist einfach permanent hinter mir. Schon wieder eine Sackgasse. Scheiße, und mir gehen die Fackeln aus. Ich habe nur noch eine. Was soll ich denn machen dann? Dann bin ich am Arsch. Die kommt ständig. Auch schon davor. Wie gesagt, in der... Ich laufe immer gleich. Ich laufe... Was ist denn mit ihr los? Warum sehe ich nichts? Und da vorn war sie schon wieder. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch völlig übertrieben. Lauf, 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 lauf! Und schon wieder. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist die letzte Signalfackel und ich kann gar nicht so viele Fackeln anzünden, so oft wie die Oma kommt. Das geht einfach nicht. Das ist völlig, äh, unmöglich. Und ich laufe schon wieder in... Mann! Wenn ich mal richtig laufen würde. Vielleicht würde das schon mal helfen. Hier, ich übersehe das immer, wegen diesem komischen Stofffetz, der da oben hängt. Alter, was ist das? Ich habe das Gefühl, ich werde das nicht schaffen. Ich kann das gar nicht schaffen. Ich brauche... Ich brauche eine Treppe. Ich habe jetzt keine Signalfackeln mehr. Ich... Ich werde sterben. Ich drehe mich nicht um. Einfach gegen eine Wand gucken, das kann doch nicht die Lösung sein. Ich sehe es, Sir. Die Signalfackel ist hier. Nein! Jetzt habe ich das Siegel, wo ich keine Fackeln mehr habe. Ich kann die Fackeln ja eh nicht benutzen dann. Ich gucke gegen die Wand. Ja das... Kurz, jetzt bin ich an der Wand. Huh. Ich gucke hier nochmal. Geh wouk. Geh wouk. Ich habe dazu nach dem Signalfackeln schützt. Nicht, ich habe doch keine Signalfackeln. Geh wouk. Ich... Scheiße, ich kann das. Ich weiß es genau, und die ist da, die ist genau neben mir, und ich, wenn ich jetzt gucke... Ah, geschafft! Alter... Freu dich nicht zu früh, alter Freund! Alter, ich brauche jetzt mal dringend ein Valium. So, kann ich, äh, kann ich auf der Karte eigentlich, ich kann nur rauszoomen, ich kann nicht... Da oben ist das, da oben ist das Schloss, da oben ist das Siegel. Ich muss jetzt zurück, und dann nach links, die erste nach links. Ja, ja, kenn... Kennen wir schon. Die erste nach links... Ah! Hüger, ich... Ich will die mehr... Alter, die macht mich fertig, die macht mich aber fertig. Ich glaube, ich habe gesabbert. Okay, jetzt muss ich da lang... Die macht mich fertig, die Al... Ich sehe nichts... Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Ach, ich weiß! Ich weiß, was du da bist. und mit Hatred und Angst. Natürlich. Ich glaube, ich habe die Abkürzung verpasst. Scheiße. Ich hätte links gehen sollen, ne? Ja. Also ich drehe um und gehe rechts bis zum Flurende. Taucht bloß nicht vor mir auf, Oma. Ich bin übrigens froh. Das ist die schlimmste Auflage meines Lebens. Ich schwöre es. Ich drehe um und gehe rechts. Das ist echt schlimm. So, gleich haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft ohne Fackel. Ja. 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 Ist jemand da drin? Ja. Alter, Finn. Das war, ich schwöre. Also ich habe viele Horrorspiele gespielt. Auch Cry of Fear. Und ich weiß nicht, wie es beim Zugucken ist. Es wird ja gesagt mitunter. Es ist ja lahm. So ein paar Scarejumps. Aber ganz ehrlich, wenn man das selber spielt. Und vor allem bist du völlig wehrlos. Ohne Fackel bist du völlig wehrlos. Mit Fackeln machst du den großen Zampano. Hier brenne! Und dann bringst du die viermal am Stück um und freust dich. Ach Mensch, spiel es doch billo. Aber wenn die Fackeln leer sind. Alter Schwede ey. Boah. Ich habe ja gerade Blut und Wasser geschwitzt. Ich gehe mir jetzt erstmal 10 Kilo Doppelherz in die Doppelvene pumpen. Und dann weise ich mich selber ein ins Krankenhaus. Ich bin durch, Alter. Ich bin wirklich durch. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, falls noch jemals eine kommen sollte. Ich schreibe euch eine Karte aus dem Genesungsheim. Tschüss. Jaja. 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 Jaja.